Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3 Part 80. Ja, ich bin so ein wenig dem Konsumismus erlegen gewesen, nachdem wir denn den Gundir erlegt haben. Ja, dem Meister Gundir sogar. Also wir hatten so ein kleines Déjà-vu. Idux Gundir ist nochmal aufgetaucht und hat uns hier so richtig die Hölle heiß gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl Feuer hat er ja nicht verwendet, ne? Er war nur verdammt schnell, hat uns kaum Pausen gelassen zum Heilen und ich habe jetzt seine Rüstung gekauft. So, ähm, ich soll euch gleich mal vorlesen, was es damit auf sich hat. Alter Helm aus einem Gusseisen-Rüstungssatz. Er gehörte dem Meister Gundir und beruht auf der Vorlage eines ehemaligen Königs. Gundir, der verspittete Meister, wurde von einem unbekannten Krieger geschlagen. Er verschrieb sich einem gewundenen Schwert, in der Hoffnung, die erste Flamme möge in Zukunft ein weiteres Mal gebunden werden. Mhm, aber diesmal hat er kein Schwert im Magen gehabt, ne? Oder im Rücken, wo auch immer sich das Schwert befand. Ja, keine Ahnung. Also ich werde jetzt auf jeden Fall wieder meine Rüstung anlegen, weil die ist, ne? Wie ihr euch sicherlich denken könnt, noch viel zu schwer für mich. Und ich habe ja auch einen Dex-Charakter und insofern würde es eh nicht so richtig zu mir passen. Und ich möchte mich ja so halbwegs bei Hände bewegen können, ne? Ja, da, ne, das sind die schweren, das sind die leichten. Die schwarzen sind nämlich leichter als die Silberritter-Gamaschen. Oder generell die Silberritter-Rüstung ist schwerer. So, ja, dann gehen wir mal hier weiter. Mal sehen, was es mit dem Feuerbandschrein 2.0 auf sich hat. So, öffnen wir mal die Tür hier. Oh, sonst sieht es genauso aus, ne? Wie in dem Anfangsgebiet. Sehr kurios. Gute Arbeit, aber das hat bestimmt noch sein Bewandtnis damit. Nichts ist ja zufällig in Dark Souls. In der Dark Souls-Serie im Allgemeinen. Aber ich könnte mit euch wetten, dass hier härtere Gegenden auf uns lauern. Waren die Gräber hier vorher schon? Ich weiß es nicht, hundertprozentig. Nicht, dass jetzt eins aufspringt. Und ich höre was. Was Großes. Ja, für all diejenigen unter euch, die sich vielleicht wundern, dass ich quasi eine Folge zersplittet habe. Und zwar die Folge 78. Die musste ich splitten in zwei Folgen. Weil es, ja... Sie wäre sonst viel zu umfangreich geworden. Viel zu groß. Also über 40 Minuten oder so. Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, den Kampf gegen Meister Gundy in ein extra Video zu packen, sozusagen. Passte ganz gut. Deswegen denke ich mal, ich könnte diesen Schritt auch nachvollziehen. Nicht jeder hat ja immer die Zeit, sich so ein langes Video anzugucken. Immerhin laufe ja auch noch Nachrichten und so, ne. Muss ich vielleicht doch dann und wann was zu essen machen. Ja, das bleibt nicht aus. Die niederen Bedürfnisse. Oh. Ah. Cool. Der hat doch die Axt, die ich meinte, ne. Im letzten Part. Ja, die habe ich gerne benutzt, wie gesagt. Im ersten Teil von Dark Souls. Da war es meine Hauptwaffe. Ah, ich habe auch das Katana verwendet. Und mit Blitz damals verstärkt. Ich bin immer noch sehr stark erkältet. Also falls ich ein bisschen nasal sprechen sollte und undeutlich sprechen sollte, seht es mir bitte nach. Aber der Spaß an dem Spiel geht mir einfach mal vor. Darauf möchte ich denn doch nicht verzichten, ne. So. Nicht das da oben jetzt. War hier schon mal so eine Grube. Hm. Also die waren jetzt relativ leicht zu besiegen. Die haben sie auf keinen Fall schwerer gestaltet hier. Obwohl ja einige Gegner ein bisschen härter waren. Aber die jetzt nicht. Ah, hier ist Blut. Das kommt nicht von Gefähr. Hier ist bestimmt noch ein Ritter. Ah, da ist einer. Ach, der hat auch so eine Ritter. Oh, die sind hier zu langsam. Ah, das können sie immer noch, diese starke Attacke. Die habe ich selten verwendet, weil sie mir einfach zu langsam macht. Oh, jetzt reicht es mir. Genug gespielt. Manchmal droppen sie auch ihre Waffen auf. Ne, hier leider nur den Helm. Also ihre Rüstung droppen sie leider weitaus häufiger als ihre Ausrüstung. Untersuchen. Horn-Nissen-Ring. Cool. Sehr geil. Was macht der eigentlich nochmal? Ich glaube, der verstärkt doch noch zusätzlich unseren Blutungsschaden. War das nicht so? Äh, ich glaube ja. Hier ist er. Verstärkt kritische Angriffe. Ach, das war's. Dieser Ring gehört der Fürstenklinge Siren. Einem der vier Ritter des ersten Fürsten Gwyn. Genau, das ist so geblieben. Ja, warum soll's auch anders sein, ne? Er verstärkt kritische Angriffe. Die maskierte Siaran war die einzige Frau und der Gwyn Sire dann ihr Krummschwert bescherte allen Feinden des Throns einen schnellen Tod. Jo. Naja. Lieber ein schneller Tod als ein langsamer, qualvoller Tod, ne? Also war sie ja doch sehr, sehr menschlich, sagen wir es mal so. Äh, müssen wir da hoch? Ja, wir müssen eigentlich hier hoch. Ah, ein bisschen anders gestaltet kommt's mir jetzt vor, aber es kann, kann auch täuschen. Bin ja jetzt erstmal auf die rechte Seite gerannt. Moment. Kommt mir doch ein bisschen anders vor hier. Oder wir sind nur einmal im Kreis gelaufen. Das kann natürlich auch sein. Also da war der Abgrund. Hier ging's nach oben, mach ja dann bin ich nach rechts. Okay. Dann gehen wir einfach jetzt mal nach links. Mal sehen, ob da wieder so ein overpowered, so ein overpowereder Schwertkämpfer auf uns wartet. Bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall liegt da was. Oh. Silberritter, oder? Das ist ein Silberritter. Das sind die stärkeren Verwandten. Oder? Doch nicht. Nee, doch nicht. Die Silberritter sehen ein bisschen anders aus. Oh. Ja, das war dumm. Sind die eigentlich schneller geworden? So wie viele Gegner in dem Spiel? Oder sind sie immer noch so wie damals? Ich glaub, so schnell sind die nicht. Das hätte ich hier nicht so ein rechtes Spiel mit denen. Ja, ein bisschen Heilung zurückbekommen. So wie. Na, ich geh einfach mal Frank und Freda nach oben. Und schnapp mir mal das, was hier liegt. Oh, die Chaosklinge. Die macht uns, glaub ich, Schaden permanent. War das so? Oder nur wenn wir einen Gegner treffen. Irgendwie so war das. Die ist nicht schlecht. Die macht ganz gut Schaden. Gerade wenn man die, ich glaub, die kann man auch irgendwie, mit Schärfe durchwirken. Oh, Quatsch. Das ist so eine Chigatana. Was ist denn? Die kann ich auch gar nicht tragen. Was brauch ich denn dafür? Stärke 16. Meine Güte. Was ist man da an Stärke braucht für diese Waffen? Ja, das sind doch an sich Deckswaffen. Hm. Also hier kommen wir nach wie vor nicht rein. Das wäre ja lustig, wenn wir jetzt nochmal einen Schlüssel kaufen müssten. Boah, ich denke mal, das ist hier Absicht, dass man hier nicht reinkommen soll. Wäre auch Schwachsinn, ne? Man muss es ja nicht bis ins kleinste Detail übertreiben. Oh, ich höre hier auf jeden Fall ein Feuer brennen. Na, ich schaue mich mal hier noch ein wenig um. Ne, hier waren wir schon, ne? Ich weiß, glaube ich, auch nichts mehr dann dazwischen. Nö, nö. Dann gehen wir einfach mal rein, ne? Was soll's. Schlagen wir uns mal hier nicht die Zeit tot. Indem wir hier dumm durch die Gegend drin. Ohne Ziel. So. Was steht denn hier schönes? Vision von Finsternis. Ach, was du nicht sagst. Ja, irgendwie duster ist es. Oh, trocken, ja. Fragment des gewundenen Schwerts. Ist das ein Schlüsselobjekt wieder mal? Oh, meine Stimme geht gleich flöten, glaube ich. Fürstenasche. Ach, die haben wir noch gar nicht platziert. Oh, hä, mir war so, als hätte ich die platziert gehabt. Hm, okay. Ja, ich muss ein Schlüsselobjekt zählen, oder? Ja, ich guck erst mal mit Schlüsselobjekten. Äh, da hat der Schlüssel. Ne, war ich doch gerade. Also hier ist es nicht. Dann muss es doch eine Waffe sein. Wäre ja schön. Ähm. Wo? Oh, das ist ein Questobjekt. Hm? Ich brauche schön, ey. Das wollen wir noch nicht. Ähm. 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 Schwert, ja. Auch schon, aber da brauchen wir noch 3. Dann kann ich es auf, äh, plus 4 erhöhen. Ist auch nicht schlecht, aber ich, äh, momentan in meinem Zustand, äh, wäre das Uchi Katana plus 10 besser noch als das Kimi Ta. Ja, obwohl das ja mit eskaliert, ne, wie gesagt, wäre das Katana denn doch, das macht ja nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne auf plus 10. Ja, entweder habe ich es mal wieder übersehen, oder es ist ein anderes Objekt, ich weiß es nicht. Hier ist ein Peer-Commerce-Ipeaken. Und ich bin mal wieder echt ein Blindfisch hier. Gibt es doch wohl nicht, wo ist ja das gewohntes Schwert. Das muss ja ein, äh, krumm, krumm Säbel sein. Krumm Schwert. Äh. 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 Ne, das sind die, die wir schon haben. Schon hatten. Moakumo hatten wir auch. Nö. Chaos Kling haben wir jetzt. Also jetzt haben wir schon sämtliche. Genau, das Nodachi habe ich mir auch noch, äh, zugelegt. Kann ich aber auch nicht tragen, das braucht Stärke 18. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne. Oh. Ich glaube, ich muss bald abbrechen, wenn es so weitergeht in meiner Erkältung. Ey, 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 schade. Schade, schade. Ja, also hier ist es nicht. Keine Ahnung, wo ich es jetzt habe. Ähm. Ne, 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 ist es nicht. Das sind doch alles nur Schlüssel, aber ich so kein Schwert bei. Keine Ahnung, ob das sein soll, Leute. Hier ist es. Okay, bei den Werkzeugen. Zum Leuchtfeuer schreien der letzten Rast zurückkehren. Ach, das ist ja Hammer. Also macht das denn die Heimatknochen überflüssig. Geil. Moment, da müsste ja noch was dazu stehen, oder? Ey, unterschlag es euch immer. Das ist nicht gut. So, ähm. Ein Fragment des gewundenen Schwertes, das beim Leuchtfeuer war. Der Zweck ist längst in Vergessenheit geraten. Kehrt zum letzten, zur Rast genutzten Leuchtfeuer oder zum Schreien Leuchtfeuer zurück. Kann wiederholt genutzt werden. Leuchtfeuer sind miteinander unabänderlich verbunden. Die Verbundenheit besteht lange nachdem ihr Zweck verloschen ist. Das stimmt wohl. Das haben wir schon im ersten Teil gemerkt. Oh, okay. Das ist hier einfach mal, äh. Ach, die ist jetzt die waschen. Okay. Ah, da liegt aber auch noch was. Ach, hier ist die Maid. Was macht die denn hier? Well, fancy that a lost lamb wanderer him. With a lot of people. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old hand make? Ich kann mal hier in andere Sachen. von hier kaufen. Also Glut kann man hier kaufen. Nur muss ich nicht. Ey, cool. Die Rüstung von Artorius. Die heißt, war jetzt Wolf-Ritter-Rüstung. Aber die ist nicht toll. Die war ja damals schon nicht so berühmt. Naja, ist egal. Der Helm eines Ritters, der von der Fensternis des Abgrunds verderbt wurde. Die blassblaue Quassel wird vermutlich nie wieder trocknen. Ein besiegter Ritter hinterließ nichts als sein Wolfsblut und seine Pflichten. Die Untoten-Legion von Pfarrern wurde gegründet, um seine Arbeit fortzusetzen. Die Rüstung dieser Wächter des Abgrunds deutet das Schicksal an, das sie schließlich ereilen sollte. Sehr geil. Kaufen wir. Schon aus Prinzip. Ich mochte den Gegner. Ein Ring mit dem Porträt des der Hohepriesterin. Er erhöht den Glauben. In Lossric gilt die Hohepriesterin seit langer Zeit als eine der drei Säulen der Herrschaft eines Königs. Die Hohepriesterin war auch die Amme des Prinzen. Achso, deswegen sieht man sie mit einem Säugling. Alles klar. Wunderbar. Ein Reparatur-Pulver brauchte ich hier noch gar nicht. In Teil 2 brauchte ich es öfter mal, aber hier noch überhaupt nicht. So, ja, weil da hat sich nichts für uns anscheinend, aber wir können ja vielleicht noch weiter empfehlen. Das arme Mädchen. Was meinst du denn mit Mädchen? Oh, was wiederholt sich das? Mhm. Also treffen wir hier vielleicht noch jemanden. Schmiedehammer. Sehr cool. Jetzt haben wir Andres Schmiedehammer in seiner, äh, in der Paralleldimension gefunden. Parallel, Parallelukum, ne. Ähm, tja, gucken wir uns mal hier um, Leute. Was anderes bleibt uns hier gar nicht übrig. Ach, dann kommen wir wieder hier raus, okay. Hier können wir nichts weiter machen. Können wir hier vielleicht eine Asche platzieren? Wäre lustig. Boah, wie dunkel das jetzt ist. Das Item hat immerhin, äh, ein bisschen den Raum erhält. Aber jetzt ist es ganz und gar finster hier. Da sitzt da bestimmt noch irgendwo jemand rum. Ne, schon von dem, aha. Ui, die ging ja schnell weg. Augen der Feuerhüterin. Oh Gott, was macht man denn mit den Augen von hier? Also sie ist nicht mehr hier. Hier ist zumindest keine Feuerhüterin zu finden. Das impliziert das so ein bisschen, dass wir nur ihre Augen gefunden haben. Diese Tatsache. Hm, das ist ja traurig. Ich lese es gleich vor, Leute. Keine Panik. Ich gucke mich erst noch mal auf der anderen Seite nach allem rum, was hier so ist. Oder sein könnte, ne? Das sieht doch auch aus, ne? Ne. Ganz nach oben gehe ich natürlich auch, ne? Also hier scheint jetzt nichts mehr zu sein, oder Leute? Was sagt ihr? Hier sieht nicht danach aus. Na gut, ich meine, dass da eine Illusionswand ist, war irgendwie klar. Weil im, äh, in dem anderen Feuerbandschrein, da kommt man hier auch raus, ne? Also insofern war das schon relativ einleuchtend. So, was hat es jetzt damit auf sich? Also ich gucke mir erst mal den Schmiedehammer. Das ist vielleicht eine Waffe. Oder auch ein Werkzeug, ne? Mhm, da ist er. Schmiedehammer. Ein den Schmieden des Schreins überreicht der Metallhammer. Er kann als Schlagwaffe benutzt werden. Um die Balance des Gegners zu verringern und um Schilde zu durchbrechen. Sein wahres Potenzial entfaltet sich natürlich erst in den Händen eines Schmieds. Fertigkeit durchhalte Willen. Nimm eine unbeugsame Gebetshaltung ein und erhöht kurzzeitig die Balance. Mindert bei Aktivierung den Schaden. Na, das ist ja doof. Das ist doof. Wollen wir nicht. Ne, ne, ich bin jetzt mit meinen Waffen relativ zufrieden. Bis auf meinen Uchigatana, was ich ja noch weiter hochrüsten möchte. Äh, auf plus 10. Jetzt brauchen wir nur noch eine Scholle. Ja, ich musste noch zwei Brocken farmen. Das ging relativ schnell. Hab's bei den Assassinen probiert. Hat ewig kein Brocken hervorgebracht. Und insofern bin ich dann wieder bei Boglothric gelandet. Ne, bei diesen kleinen Sklavenviechern. Also die haben's dann relativ schnell gedroppt. Und dann war das Ganze auch schon gegessen. So. Äh, würde ich sagen, geh ich mal hier nach oben. Und dann dürften wir bald so alles erkundet haben. Hoffe ich doch. Ach, Quatsch. Ich wollte noch was vorlesen. Was wollte ich jetzt vorlesen? Oh, ich bin doch richtig fertig. Neuer Erkältung, die macht mich wirklich noch kränker, als ich ohnehin schon bin. Ach, ekelhaft. Ähm, bei mir geht es nämlich immer mit Halsschmerzen einher. Und das ist ja nicht so angenehm. Ich möchte euch jetzt nichts vorheulen, aber ich... Als Erklärung auf jeden Fall, ne. Das soll ich nicht wundern. Na, davon haben wir schon 99, ja. Hab nur noch nicht den Altar dafür getroffen, ne. Angetroffen. Ähm. Moment, wo war denn das Teil jetzt? Was ist das, was wir da gefunden haben? Diese Augen der Feuerhüterin. Die müssen doch hier irgendwo sein, ne. Oder ist das ein Schlüsselobjekt? Bestimmt ein Schlüssel. Ah, ein Schlüssel. Enthüllt der blinden Feuerhüterin das Grauen. Gut, die Ärmste. Dies sollen die Augen der ursprünglichen Feuerhüterin gewesen sein. Und das Licht, das allen zukünftigen Feuerhüterinnen verloren ging. Das offenbart den blinden Feuerhüterinnen Dinge, die sie niemals sehen sollten. Sehr cool. Oder auch nicht cool, ne. Für die Ärmste. Ja, hier hinter befindet sich bestimmt noch was. Steht denn hier auch dasselbe? Der König Lothrake, letzte Hoffnung, ist in der Linie. Ja. Hier steht überall dasselbe. Augenscheinlich. Na, die Wächter des Abgrunds und so weiter und so fort. Hier haben wir Riese. Äh, Oldridge war, glaube ich, auf der anderen Seite. Wäre ja lustig, wenn wir die hier platzieren könnten. Die Asche von Oldridge, die habe ich ja noch, glaube ich. Ja, doch. Genau, das war die doch, ne. Oldridge, die ich jetzt bei mir trage. Fürstenasche, ja. Genau, von Oldridge. Na, probieren wir es mal hier. Ich hoffe mal, dass ich es nicht beruhigen werde. Ne, ich kann es nicht machen. Es passiert nichts. Oh, es ist furchtbar. Wartet mal, Leute. Ich mache mal eine kurze Pause und dann bin ich sofort wieder für euch da. Bis gleich. So, Leute. Herzlich willkommen zurück. Ich habe erst mal meinen Estos getrunken. Ja. Damit ich wieder ein bisschen zu Kräften komme. Und vor allen Dingen meine Stimme, ne. Nicht versagt. So, dann gehen wir hier mal nach oben. Und keine Bange, ich habe nicht vergessen, die Geste noch anzuwenden in dem Kerker von Irithil. Da war ja dieser eine Teppich neben diesem Drachenabkömmling, diesem Drachenwesen. Und da kann man denn beten. Aber wir hatten nur noch nicht die richtige Geste. Die haben wir ja erst gefunden. Also ich denke mal, dass es die richtige Geste sein wird. Weil, ja. Welche soll es denn sonst sein? Es war so eine sitzende Position. Und ich habe alle sitzenden Positionen, die ich einnehmen konnte, bis dato ausprobiert. Und nichts hat was gebracht. Und, ja. Mit der hoffe ich mal, wird es was. Die war ja in der vorletzten Folge, die wir gefunden haben. Na, hier geht doch kein Leiter runter. Also können wir da definitiv nicht hoch. Nehme ich mal an. Nö, nö. Hier geht es auch nicht rein. Versuche Absprung. Das geht. Habe ich ja schon mal probiert. Das haben sie wahrscheinlich sowieso schon genervt. Dass man das nicht mehr machen kann. Ja. Das ist zwar noch eine Nachricht, aber das stammt wahrscheinlich noch aus den Zeiten, als es noch ging. Oder von hier aus mal. Wäre ja cool. Hm. Ich rutsche immer ab, vorher schon. Hm. Ne, ne. Man kommt direkt davor zum Stehen. Noch einen Versuch. Ne. Das geht nicht mehr. Definitiv nicht. So. Okay. Vielleicht haben wir hier ja noch eine versteckte Wand. Hier steht irgendwas. Das ist ja böse Sicht, ja. Aber das ist in der anderen Realität. Wie gesagt, ich probiere alles aus. Irgendwo gibt es hier bestimmt noch was. Das kann nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein hier. Ich glaube zumindest nicht dran. Nee, also hier ist nichts. Schade. Das ist ja seltsam. Keine wirkliche Erklärung, warum es hier nochmal einen Feuerbahn schräg gibt. Hm. Tja. Oder da. Ich kann mir doch noch irgendwas aufschlagen. Schade. Nee. Sieht nicht danach aus, Leute. Falls ihr da Näheres wisst, könntest ihr mir mal in die Kommis schreiben. Also ich sehe erst mal nichts weiter. Hier kann man jetzt ohnehin... Ja, da waren wir ja sowieso, ne? Genau. Hm. Verrückt werden. Hier waren wir schon, ne? Oh, hier steht nur Geheimnis vor Haus, ja. Nee, anders scheint es hier nicht zu geben, Leute. Das war's denn wohl. Schade, schade. Finde ich jetzt doch ein bisschen enttäuschend, ne? Hm. Hätte jetzt mehr erwartet. Dass es wenigstens noch eine geheime Tür irgendwo gibt. Dass es noch ein Special Item gibt oder so. Aber dem ist leider nicht so. Hm. Vielleicht weiß hier ja noch was. Oh, sie hat doch nicht so viel, ne? Also es ist ganz wenige... Also gerade die Rüstung hatte sie jetzt zu uns. Ganz wenige Gegenstände, ne? Die man nicht unbedingt braucht, ja. Ja, also... Ich meine, die Rüstung ist ja cool, aber jetzt ist es auch nicht gut. Ist eher schlicht. So, Visionen von Fensternis, ja. Das wissen wir schon. Tja, dann warst du es wohl, Leute. Schade. Schade. Dann stehen auch noch Nachrichten, aber was sollte da noch stehen? Jetzt haben wir uns ja schon um alle Ritter soweit gekümmert. Gute Arbeit auch so. Ja, das wissen wir selber. Nein, so gut war es nicht. Es war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht gut. Ich hätte ihn ja schon fast beim ersten Mal gehabt. Aber da kannte ich halt seine Angriffsmuster noch nicht. Die musste ich dann erst mal verinnerlichen. Und ja... Das nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch. Die lasse ich mir dann auch. Ich meine, ich möchte hier nicht durchrushen. Ich möchte das Spiel genießen. Also insofern... Seht es mir nach, Leute. Genießt es einfach mit mir, ne? Tut es mir einfach gleich. Und ja, dann haben wir alle Spaß daran, glaube ich, an der Sache. Tja. Hm. Hier ist nichts weiter. Immerhin haben wir ja von dem Gund hier noch die schöne Rüstung bekommen, die ich zwar nicht tragen kann, aber mein Gott. Ich spiele übrigens parallel noch mal mit einem Stärkeschar. Da eignet sich natürlich insbesondere der Kämpfer. Den werde ich ausschließlich auf Stärke skalieren. Jetzt sind ein paar Waffen, die sind ganz ansehnlich für eine Stärkeschar. Am besten sind natürlich Quality-Bills dran. Also die mit Geschicklichkeit und Stärke... Ja, skalieren jetzt endlich. Da gibt es jede Menge Waffen für diejenigen. So, tja. Nö. Nö, Leute. Also hier gibt es nichts anscheinend. Jo. Das war es hier. Im Feuerbandschrein 2.0. Jetzt wisst das, dass es hier noch eine versteckte Area gibt. So. Jetzt weiß ich nur noch nicht, was soll ich zuerst machen. Gehe ich in Burg Lothric weiter? Oder gehen wir erst mal beten? Also diese Geste ausprobieren. Tja. Fragen über Fragen, Leute. Ich werde sie euch in der nächsten Folge auf jeden Fall beantworten. Also denn. Bye, bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.